dafür dass aber so alt ist kommt da ziemlich schnell die treppen rönder hat sehr achtung und definitiv wieder mehr mana ich sehe schon die langsam echt runter so machen wir die tür auf noch eine tür so sehr schön gut Titus ja da ist clean, war hier vielleicht noch was drin ja da ist einer enger Kampf du ich bin ein viel geworden aber das ist ein bisschen zu viel am ersten Date du meine Güte oioioi da geht der Warrant da komm schon, komm schon, mein Puppe ja, feiner ok geht's auch noch lang so, perfekt, erledigt oh joioioioioioi egal so, es war doch mal klar dass da zwei drin sind au 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 hvor lang des Weges au wow ist ja mega übersichtlich hier immer alles haben wir noch so eine super überraschung heute wird so dass nur die zwei kästen kürt sehr schön 4 leuchte starb da ist extrem aber so wie immer war klar und da sind die donnerkucker Au Ist die vielleicht der letzte Donnercooker? Ja, da fliegt er vor. Lassen wir die kurz loswerden, die zwei. Das ist in einem Jahr noch. Ja, wir haben definitiv weiter so einen Mana-Rack. Los, Chaos-Mietze, Attacke! Unbesiegbar, Katze fliegt. Da ist auch eine Katze drin, cool, befreien wir kurz. Perfekt. Eieieieiei. Achso, mein Fehler, hab mich verdrückt. Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, das war's. Kehre zu Hektor, dann möchte er zurück. Ja, mach ich. Das Spiel, wenn wir vorwärts wollen, geht es schneller. Achso, wie hast du vom Schaufgegen der Katze? Ach so. Äh, wir werden den Käse gebaut. Fangen, die brauchen wir grad keinen, setzen wir das mal kurz durch die Erde. So. Und die andere Türe müssen wir auch noch kurz lang laufen. Ach, der gleiche Käse auch wieder. So. Hector, sag einmal, Puppel, wo bist'n du? So. Gut gemacht. Da sollte die Lage hier etwas beruhigen. Nehmen Sie dies als Belohnung für Ihre Hilfe ein. 1.805, 1.805, äh, EP, sehr schön. So, jetzt bin ich noch mal zurück. Brauchen wir endlich mal die Gelbportalsteine. Yay. Warte mal, war das nicht hier? Wo es nach links ging? Ne, da waren wir bereit. Okay, gut, 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 gut. So, wo ging's denn hier nochmal lang? Hier war's auch nicht. Ja. So, Nummer 1. Nummer 2. Da geht's noch runter, gell? Das Portalschein fragst du mal ein Rezept für klassischen Sitz. Oh, was mich immer verschund finde, du. Katze! Rohrschwurm, äh, gestreifte Katze. Wuh! Neues Rezept, sehr schön. Ähm... Da läuft irgendwo was rum. Ich hör's. So, ich hoffe, die Heiltränke und so weiter reichen uns. Das sehen wir aber gleich. So, mal gespannt, ob wir breit sind für den Zwischenpass. Problem ist, wir müssen da durch, weil wir kommen so oder so aus und wir haben besseres Material ran. So, alles kurz reparieren und rein mit uns. Wurmgrube! Oh, das hört sich immer ganz prächtig an. Oh Gott. Sekunde, bitte. So, und schon wieder da. Ah, war ich schon fertig geladen? Wutdafuck?! Wie immun?! Immun?! Wieso ist er immun?! Wieso ist er immun?! Ah, okay, müssen wir jetzt die anderen besiegen, oder nein? Okay, oder kommt's ein Trank? Au! Klein! Stopp! Ah, Lächern Exzesse, verdammt! So, dann laufen wir uns einfach mal zur Kai rum! Au! 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 Oh, fuck, fuck, jetzt brauche ich ein Trank! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Voll die vier, ne? Ja, hau rein! So! Ah, die sechs, Feuer, 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 jetzt mach doch! Ah, super! Egal, noch einmal, dann haben wir's! Au! Au! Gasmäßig, ich hab grad an, ich hab ein paar Sorgen hier, ne? So, jetzt versteh ich mich grad! So! Jetzt fall mal, mein Freund! So, jetzt war's! Fug! Riesige Male, du! Hei, 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 hei! Ich glaub, wir müssen nach Ronda, da gibt's Lut! Boah! So! Jetzt brauch ich, glaub ich, Portalsteine, zum Glück hab ich welche! Und hier noch ein, ah, Palmbuch, ah, okay, nehmen wir's dann noch ein, gut, dachte schon! Uiuiuiuiuiui, ging aber, ich hätte doch gern, bitte jetzt, anderes Equipment, also, Ressourcen erstmal, Eisen und so weiter, ansonsten würde es nicht zukünftig alles ein bisschen, mäh! Das dauert gerade wieder, wie sie merken, merken sie nicht! Palmbuch, Stufe 10! Ah, sieht aber schick hier aus! Gibt's hier Eisen? Ne, aber Salzstein, hast du müssen anfangen! Antiker Wurm, ah, ne, keine Lust mehr, gegen den zu kämpfen! Hahaha! Aber Salzstein ist ja schon mal schön! Ja, Katze? Hat sieht schick hier aus! Wir haben vielleicht hier ein paar Feindblätter, warte mal! Mal mal kurz gucken! Palme, Fruchtbärme, Kartoffelfeld! Oh, cool! Kartoffeln, so, ich will da rüber! Hui. Kann ich die abbauen? Ah, da kriege ich die raus. Das sind Kartoffeln, oder? Perfekt. Perfekt. Wo geht's denn da rein? Juhu, wer zu Hause? Jemand? Auch recht. Plünder mal, ne? Und wir sollten, was ist denn das? Rezept für Relikte. Uh. Ich glaube, wir gehen kurz heim. Heimat. Gut, das ist gar hier. Rezept für, uiuiui. Zauberbuch. Blitz, nämlich. Ich würde mal mal echt eine sekundäre oder eine zweite Schart. Schnauze war leichte wünschen. Wäre schön, weil auf einen halt so ein bisschen Abbaugram, das war dann sauber sprich und so. Das wäre schon top. Na? Warte mal, kann ich jetzt eigentlich besiegen? Klappt das? Ops. Ops. Dauert immer noch lang, da? Ne, dauert zu lang. Eines Tages riecht ich noch Blatt, mein Freund. Eines Tages. Mitkommen, Chaos-Mieze. Depp, 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 depp. So, erstmal kurz nicht looten und dann Sauber-Sprüche. Sind ja eigentlich eher gegen Blitz anfällig, die Freaks. Schwäche Pflanze, Schwäche Feuer, Schwäche Pflanze. Suprime Pflanze, wenn da ein Steeboogie. Stellabag, ja, aber egal. So, dann brauchen wir kurz B, dann brauchen wir dich, dann kommst du da hin, so, perfekt. Äh, so. Heiliges Rezept! Wird da noch entdeckt. Und es gibt wahrscheinlich mit Eisen. Naja, ist super scheiße. Naja. Wenn wir schon mal hier sind, warte mal, wo, 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 wo ist denn das Tiergefängnis? War da nicht das Tiergefängnis? Ja, das Tiergefängnis. Naja, das wollte ich doch nicht. So, da kommt Katze rein. Und da kommt Jessen. Äh, so. Palmblätter waren hier drin. Äh, normaler Mana-Trank. Mächtiger Mana-Trank. 730. Ach, schmeiß weg. Baumwollstoff kommt, äh, warte mal, warst du die richtige Kiste gebaut? Ja, war die richtige Kiste, ja gut. Da kommt nicht der Baumwollstoff rein. So, dann komm mal kurz das mal raus. Nein. Was machst du? Mach die Tür auf. Junge. So. Dann schmeißen wir erst mal das da rein. Wasser nicht. Das kommt da rein. Das auch nicht. Das braucht man noch. Das kommt allerdings da rüber. erst mal. Oder mal ein Rezept, wenn der Neue ist. Gut, sehr schön. Sie waren auch da drin? Ja, waren auch da drin. So, Rezept für Bargarbeiterstiefel. Okay, kann man auch nehmen. dann Knochen und Torchis sind so ein Gedöns. das schmeißen wir auch da rein. So. Ach ja, ein bisschen herlaufen. So, gibt es irgendwelche Samen, die wir da reinschmeißen können? Ja. Die tun es auch. Die tun es auch. Die tun es nicht mehr. Wir auch nicht. Wir auch nicht. Da zahlen können wir nicht woanders hin. Ich weiß auch schon wo. Da kann man zumindest mal alte Sprossen da reinschmeißen. Und da haben wir keinen Platz. Das gibt es nicht. 50 Baumwollstoff. Das kann da nicht woanders rein. Dann kann man da nämlich die Sprossen reintun. So, und dann haben wir noch für zwei Sachen Platz. Da kommt da nicht das rein. Und und Ich habe es mir irgendwo hingeschmissen und ich weiß nicht mehr wo. Super. Teil. Knochen. Warte mal, war der Knochen da? Wo waren die Knochen? Vor allem, was machen die da drin? Raus mit euch. Das kommt woanders hin. Sag mal, wo waren die Knochen? Waren die da drin? Tatsächlich, da waren Knochen. So. Wobei, die können ja nicht woanders hin. Äh, da hab ich die Samen echt nochmal. Das raste ich aus. Hä? Bin ich jetzt doof? Hab ich die da reingeschmissen? Nee? Hab ich die da reingeschmissen? Ja. Was soll da nicht rein? Was soll da rüber? Ich hätte einen Verbesserungsvorschlag. Macht's mal einfacher. Ja, komm, ich hab keinen Klapp mehr für den ganzen Schrott. Das ist alles vollgeschickt mit Kisten. So, da ist noch ein Frosch drin. Das ist schön. Dann kommt das nicht da rein. Das kommt da rein. Genau wie das Holz. So, das müssen wir kurz verarbeiten. Werkbank 1, Baumwollstoff. Dann kommt das nicht da rein. Das eine kommt auch noch da rein. Vollgeist-Zutaten. Das ist auch nicht da drin. Äh, okay, von mir aus. Lern's halt. Was mach ich noch? Zwei Rezepte? Wo ist das denn? Gibt es her, Mann? So, das kommt auch da rein. Dann kommt das noch rein. Schmeiß mal weg. Das ist Wasser. War dich ein Wasser zum Teufel? Äh, hier nicht. Ah, doch, da war Wasser. So. Das muss dein. Die Erde nehmen wir noch mit. Das muss ein Metallblock. Der kommt da rüber. So. Der Baumwollstoff kommt noch kurz da rein. Supp, supp. Und dann kommt das noch rüber. Jagi, ich, ich, ich. So, haben wir's jetzt. Gut. Ah, ich hab noch ne Spitzhacke. Sehr gut. Es war nur ne Hacke, ne? Ne, ne Spitzhacke. Ne, ist ne Hacke. Ne Hacke, Hacke. Da brauche ich noch ne Spitzhacke. Da habe ich sie kaputt gemacht. und das verkauft kopf und holz albieren ein freundes stück die kann man nicht mal teilen achte doch scheiße ja schweißer ist ein rucksack haben dieses 8 ist doch gegeben dass man aufteilen kann was ist denn das ja ich habe nicht mehr so viel platz nein cancel das war falsch scheiße für das erstellen schmeiß fort so das wollte ich mehr nicht so dann kommt das holzig wieder oben rein darüber so so jetzt machen wir es so jetzt machen wir es ja wobei ich muss verarbeiten portale blauer stein gelber stein so haben wir platz gewonnen im rucksack ja perfekt ich weiß ich habe noch ein arsch für kohle dabei ich weiß nicht mehr wohin mit so jetzt brauchen wir eigentlich nur noch mal ein portal wieder weiterreißen drinnen gucken dass wir an dings kommen an eisen glaube ich eigentlich immer zu meinem portal wenn ich gar nicht hin muss dead logic so reisen zwei portale gibt es noch ich hoffe eins davon führt wohin wo wir eisen finde tschuldigung tschuldigung ich hab's doch was trinken kurz tschuldigung tschuldigung Komm schon, hab. So, dass ich gegen Gift und so einen scheiß allergischen Tisch. Rezept schon freigeschaltet? Das ist irgendwie noch im Rezept gerade. Ich dachte, hä, was will der? Schmeiß weg jetzt. So. Achso, warte mal, ich wollte... Ach, jetzt könnte man gerade noch mal zurückreißen. Ach, ich Idiot. Na, egal jetzt. So, geh kaputt. Oh, das tut mir sogar weh. Ach, das ist circa... Das ist aber Ultra-Dreh... Oh Gott. Seelenerterrobe. Okay, das hört sich jetzt aber interessant an. Wartet mal kurz. Seelenerterrobe. Bauen? Antike Zähne? 160 Rüstung. 46 Mana. Fuck. Ich weiß nicht, was unser Teil hat. 85 Rüstung. Aber wo kriege ich denn bitte eine antike Zähne her? Zweimal. Das wäre kein Problem. Aber das auch nicht. Ich weiß nicht, aber... Oha. Sieht aus wie... Wie von Turtle Sider. Also wurde das geblockt. Das zählt nicht. Feeder. Okay, ist dort. Fugtet. Fugtet. Wollt denn's dafür, bitte? Aha, trifft nicht. So, komm schon. Zack, 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 zack. Bämps. Fand ich halt nicht jemand rein zu für die antiken Zahn, oder? Vielleicht nur die Pflanze. Aber Aleos-Sprossen können wir auch anpflanzen. Das heißt, wir wollen das gar nicht looten, denn es darf. Hä, was ist denn das? Frank der Bauer. Da fällt mir jemand ein. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Plaudern. Ich liebe Beis. Ach so, handeln. Was gibt's? Hacke, Eisrose-Setzlinge, Aleos-Sprossen, Palmsetzlinge. Okay, 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 okay. Kann ich hier was verticken? Ein Sandblock. Ne, ist schon schwarz das. Tschüss. Da geht's wieder mal runter. Okay, wir müssen uns ein bisschen umgucken. Ach so, weil die Kohle blockt. Okay, da kann ich mir jetzt nicht höher. Ach, muss man da haben. Sehr schön. Brauchen wir uns noch jetzt rein. Ein bisschen tiefer. So, genau. Ja, Katze. Ach, da ist noch was. So, perfekt. Mann, war das spannend. Übel. Mich hat's hier verrissen. Kann ich erst mal ein Portal finden. Ich hoffe, es gibt ja ein oberirdisches und ein unterirdisches. Würde mir zumindest sehr gefallen. Ja, hüpf, 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 hüpf. Schönes Feuer. Da unten habe ich eine Truhe drin gesehen. Da will ich kurz hin. Hm. Merke, müssen wir uns mit einer Blicke bauen. Ah, 400er Stack. Erde geht anders vorbei. Äh, halbieren. So. Ach, verdrückt, sorry. Gucken wir mal, wie schön das gleich hier aussieht. Boah, ist ja voll toll. Chaos-Mietze im Wasser? Okay. Läuft. Bei dir. Ah, da bist du ja wieder. Ich dachte, Gott. Hat's mir noch kein Wasser. So. So, ich will schon ein bisschen... Ach, ist egal. What the fuck? Stirb. Bist du verrückt? Geh tot. Hola, chica. Sie wird aufgesammelt. Antiker Zahn. Zähne, ich brauche noch mal ein. Oh, geil. Der hat eine antike Zähne gehabt. Oh, ist so drüben noch mal einer. Bitte. So, alles kurz reparieren. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist nochmal so ein Freak. Okay. Stirb. Bitte, ein Antiker Zahn. Ich reise sofort zurück. Ja, wir haben zwei Timo. Wir sind zurück. Das ist geil. Albert. Wir können die Mega-Rüstung bauen. Mega-Rüstung. Juhu. Das ist ja jetzt mal klopfen wie am Schnürrle, du Heide-Witzker. Ah, das freut mich jetzt aber tierisch. Was ist toll. Ich kann mal so richtig geil wagen, da. So richtig geil. Dauert es noch lange? Hallo. Hab ich noch besseres Wort? Dankeschön. Na, Mietze. Alles fit? Frit? Frit? Fritten? Mc Fritten? Ui, Rolle, Rolle, heißer, das Leben ist doch wunderbar. Komm, schneller, Mietze. Schneller. Kaioken. So. Kurz hieran. Kleidung. Ach ne, ich brauche halt Haarstufe 2 und dafür brauche ich Eisen. Deine Mutter! Ich kann sie bauen. Ich hab's verpeilt. Ich find's... Oh geil, ich kann sie schon mal einlagern. Wenn ihr die Kevin sich machen. Du mach's Böhmust. staggerst du hier an. Oh je... Mach's hier. Ich bin.